Willkommen zu einer neuen Folge Borderlands 2 Piraten-Gedöns-Bums. Ja, moin! Mit den infizierten Fubor und Schnorrer. Ja, moin! Ey, halt dich hier. Drei Meter Abstand. Keine sozialen Kontakte. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hast du Brot? Ich hänge hier wirklich fest, ja? Verraste dich, dein viele Blätter. Ach, bin raus. Ey, bin auch weggegangen. So, äh, Quest wechseln. Quest wechseln. Erstmal Quest wechseln. Ja. Aber so ein bisschen schnupfen kriege ich gar nicht mehr. Oh, oh, ich hau ab. Toll, müssen wir trotzdem reisen. Ja, dann lass mal reisen. Können wir hier auch reisen? Hö, 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 hö. Yeah, Wurmworter. Das ist halt nicht unser Hauptding. Nee. Ja, wir sind auf dem... Ach, nee. Wir sind auf dem Schiff. Wo waren hier die Station? Unten. So, hier ist jetzt abgeben, ja? Danke. Ich schätze, der Schrott braucht mindestens eine Woche, bis er nach Sektor ready gestrachtet ist. Aber ich bezahle dich mal im Voraus, weil ich einfach so bin, wie ich bin. Nichts zu danken. Du fährst schon weg, wie ich dich kenne. Ich bin hier, hinter dir. Ach so. Immer denkst du so schlecht von mir. Nee, immer nicht. Nur, nur, wenn wir zocken. Das wird's nicht eigentlich nochmal Kartenwechsel machen. Weiß nicht. Du musst mir sagen, wo wir langen müssen. Nee, ich weiß es nicht. Das ist ein unbekanntes Gebiet. Ja, aber sieht das hier so richtig aus, oder? Ja, sieht erstmal richtig aus. Ja, könnte sein. Aber wo kommt man denn da rein? Ich glaube, hier oben müssen wir irgendwie rin gehen, oder? Ach so, da müssen wir hier oben wieder hoch, glaube ich. Aber wie wird's da hochkommen? Ja? Ach, das ist jetzt links oben, oder was? Ja. Ach so. Also ich schätze mal da irgendwo, wo wir vorbeifahren sind eben. Das kann gut möglich sein. Dann fahr doch zurück. Wir können doch hier einmal rumfahren. Ach so, also wir müssen jetzt hier links und wo muss das hier reingehen, sagst du? Ja, zum Beispiel hier vorne, wo war... So wie es aussieht, nur an der Ecke, wo ich gerade gesagt habe. Weil sonst ist gemeldet durchgehend mit weißen Strichen zu. Was ist denn das hier? Ach so. Hier jetzt, oder was? Ach hier müssen wir hoch. Aber irgendwo geht es dann auch weg. So. Tschüss. Tschüss. Wie kommen wir denn hier hoch? Ich spreche mit einer Wand. Hast du? Wieso? Weil ich gesagt habe, irgendwo muss dann Aufweg sein. Ja, weißt du? Ey, ich sterbe. Und hier ist der Aufweg. Oh. Hol mich ab, hol mich ab. Nee, kannst du jetzt rumrennen. Ja, ich bin aber tot. Ach so. Sag das doch. Weil die mich hier abballern. Ich schweine. Ich weiß noch nicht aus wie fliegen. Ey, wo bist du denn da? Ich bin schon Sturm. Entschuldigung, Sturm bin ich. Wie ist das denn? Hä? Wie ist das denn so schnell? Weil ich vorbei war. Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist er da über mich drüber erfahren. So, ich bin jetzt oben. Ach, hier war der Aufweg. Ach, Mann, Mann, Mann. Alter, dauer das ewig stattdienst dazu machen. So, geht doch. Das ist Regen 1. So. Toll, jetzt bin ich auch noch gestorben, ey. Kriegen wir die Leiter jetzt runter? Welche Leiter? Da oben ist eine hängende Leiter. Und da schießen, ey. Reichen probiert eben. Oh, das ist hier noch ein Weg hinten. Sieht so aus. Sieht so aus, als wenn wir hier noch... Leiter, die Leiter. Die Leiter ist nur Fake. Die Leiter. So. Und das ist jetzt hier innen drin, ja? Wo wir außen rumgefahren sind. Krass, der Scheiß. Hier gibt es bestimmt irgendwo ein Zeichen. Ich glaube, wir müssen hier irgendwie hoch, oder? Ja, ich muss hier erstmal hochkommen. Jetzt mal hier die Würmer erstmal abknallen. Ich hätte hier fast gedacht an der Rampe, aber... Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Alter, Drecks. Drecksmist Müll hier. Wo denn? Hochjumpen, oder was? Die nächste Leiter. Ach so, einfach da durchrennen, sagst du? Oh, wieso sind auch immer Gegner hier? Na, die sind da bestimmt wieder aus den Türen rausgekommen. Ja, und du rennst jetzt einfach weiter und ich muss in die Gegner rein, oder was? Hallo, ich bin da rückwärts gegangen. Ich bin da schillig. Vor allem, der eine fällt hier erstmal runter, oder? Der ist durch den Boot. Nein. Aber ich glaube, ich hab die Granate jetzt bloß aufgehoben, nicht ausgerüstet. Oder? Mal kurz testen. Ah, das sieht wie meiner Granate aus. So, siehst du, dann geht's hier nämlich rum. Und dann werden wir die Leiter da bestimmt einmal runterlassen, damit wir da in Zukunft einfach die Leiter hoch können. Oder? Eine riesen Schüssel. Auch nicht. Eine riesen Salatschüssel. Eine Salatschüssel. Das ist ja wirklich eine Salatschüssel. Oh, da kommen Gegner. Den mal markiert. Das ist irgendwo noch ein Gegner. Hinter der Wand dort. Oh, eine Kugel. Was sollen wir denn machen? Nimm Floppy das auf. Die müssen also wieder irgendwo in dem Bereich hier rumliegen. Das heißt, die liegen hier unten wo wieder versteckt. Mhm. Müssen wir erstmal wissen, wie die aussieht. Oh. Er hat mich jetzt hier durchgeboxt. Der kleine Sack. Versuch, die liegen alle nebeneinander hier unten in der Mitte. Nein. So, hier hinten liegt doch uns so ein Typ. Oder ob die Gegner, die ihn vielleicht ist, heilen lassen. Ja, anscheinend nicht. Ach, nee. Das ist nur, nur Euros. Doch, er hat gedroppt. Er hat einen gedroppt. Okay. Ja, er auch. Auf einmal. Ach so, na, weil wir jetzt beide in der Mitte stehen. Siehst du das? Vorher, als bei Außenbahnen, haben sie es nicht gedroppt. So. Und fertig. Ach, die gehen halt mit Floppy. Ach, das was? Das ist ein Gegner und so. Das habe ich mitbekommen. Aber wo? Unter uns, oder? Hä? Was ist das denn? Der fass mich an. Ey, ich bin fast tot. Ist der hier unter uns, oder? Hä? Über uns. Über uns. Tatsache. Alter. Aber vor allen Dingen, kann er da durch die Decke durchschießen, oder was? Da waren ja ein paar Löcher. Hm. Ich bin dir auch so ein Loch. Ja, das... Da waren ein paar Löcher, haut da raus. So kriegen wir jetzt hier die Leiter runter, oder nicht? Wir sind ja noch nicht an der Leiter. Dann lass doch mal hinlaufen. Gibt's hier auch irgendwas, wo... 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 Wo die Kohle gibt hier? So richtig heftig. Aber ich wette, die Leiter geht nicht runter. Nee, aber hier ist ein Zeichen. Das ist schön. Das ist aber das erste auf dieser Möp, ne? Oh, 14k. Eins von drei. Lol. Ach, wie kommt dat denn? Wie, wat, hä? Na, dass du hier wartest. Wie kommt man jetzt eigentlich da oben rein? Wo rein? Wir müssen noch jetzt da oben eine Schnellreise machen, irgendwie. Ja, wir müssen wieder zurück in das Schiff. Hä? Oh, Gott. Oh, Entschuldigung. Wir müssen jetzt wieder in diese Industrieanlage. Ja. Gibt das da rein? Achso, na, da müsste wir da vorne mit einem Fahrstuhl hoch. Fahr mal wieder rechts hier. Da können wir da... Von der Plattform. Nee, hier, wir müssen wieder hoch, da. Ach, da. Ja. Und dann können wir hier vorne... Gibt nämlich sogar zwei Fahrstühle. Stimmt, du hast ja... Du hast ja letztes Mal gedacht, ach, ich warte mal unten und töte da noch und so einen komischen Schmutz. Alter. Ich wusste, dass du das schaffst. Ja, ja, genau. Genau das habe ich mir gedacht, dass du denkst, dass ich das schaffe. Oh yeah, Wachenkiste. Was für eine Wachenbeste? Uh. Warte, wo bist du denn? Ich bin mal rüber, Runtersprung, hast du nicht zugeguckt? Hä, du bist runter, Herr Sprung? Hier, hier unter dir. Auf seiner Zwischenplattform, da war eine Wachfischste. Habe aber alles mitgenommen. Tja, jetzt wieder hoch, komm mal. Ich lasse hier schon mal einen Fahrstuhl runter. Hey, du kannst doch reisen. Nö, 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 nö. Ich habe ja eigentlich auf ein Zeichen gehofft, aber gut. Nö, das ist hier oben. Hm. Nö, ich habe zwei von drei jetzt. Ja, na klar. Also beziehungsweise hatte ich das ja letztes Mal schon entdeckt. Ja, deswegen hast du auch eben gesagt, eins von drei. Genau. Hm. Weil ich schlau bin und ich verwundet. Oh, Lügner. So, denk hier an die, äh, Porno-Häfte. Porno-Häfte. Zeitschriften heißt das. Boah, wie hieß die damals? Den Playboy fand ich immer langweilig, aber... Kopie. Kopie war gut. Was, die Kopie? Kopie. Kopie. Lalalalalala, lalalala, 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 schanke. Achso, nach Porno jetzt mal gucken. Zeitschriften. Mit Vollversion. Hä, warum fließen die nicht? Oh, hier kommen ein paar mehr. Yeah. Oh, der ist slacked. Wir brauchen auf jeden Fall wieder slackgranaten. Slackgranaten? Ja. So, der hat jetzt zum Beispiel auch slack drauf. Wenn da mein Ulti drauf ist. Ja, mit slack machen wir halt doppelten Schaden, ne? Slack, Slack. Weck. Wir stecken alles ab. Badass, oder? So, hast du alles hier abgesucht schon? Versucht, ja. Hat versucht? Ja, das sieht alles so gleich aus. Das ist nur eine Waffenkiste. 12k, 14k. Ja, ich brauche wieder Kohle durch diesen scheiß Tod da eben. Wozu brauchst du denn die Kohle? Hä? Zum verkaufen meine ich. Ja, wozu brauchst du die Kohle? Ja, weil ich gestorben bin wieder für 500.000. Ja, aber was machst du mit der Kohle? Ja, wieder auf das zurückkommen, wo ich war. Und dann? Ja, dann habe ich wieder Kohle. Hallo, das ist ja, äh, Bluten, Bluten und Bluten. Ach, hier ist ja schon unser Onkel. Unser Onkel. Wie viel Zeitschriften braucht man eigentlich noch? Keine Ahnung. 2 oder so. Oder 2 Stapel. Aber ich habe keine Lust, jetzt ewig hier alles nach Zeitschriften abzusuchen. So, er kann ja ein bisschen gut ab. So, nee, da hinten wollte ich jetzt eigentlich auch nicht mehr rein. Hinten ist noch eine Waffenkiste. Pistole. Pistole, Pistole und Pistole. Hui. Das hat sich ja gelöhnt. Wenn ich jetzt Zeitschriften aufnehme, zählt das für dich mit? Nee, stimmt, muss jeder für sich selber entdecken, ja. Das ist natürlich doof. Sonst hätte jetzt einer reinrennen können und der andere Richtung beamt ab. Weißt du? Das ist ja blöd. Beam me up. Beam me up. Dann können wir auch erstmal wieder ein Folgenpäuschen machen, wo ich so achte. Dann könnten wir doch jetzt eigentlich mal ein Folgenpäuschen machen. Ach, echt? Das ist ja eine gute Idee. Gut. Du hast immer super Ideen. Sag ich doch. Dann bis zum nächsten Mal. Spitze. Danke mir. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.